Zwei Jahre ist es her, Ketka, ihr macht Pause gerade. Du hast die zwei Jahre sinnvoll genutzt, hast ein Album rausgebracht. Ja, der Entschluss kam 2011, als ich meiner Band dann halt auch mitgeteilt habe, dass ich mal ein Solo-Album machen möchte, weil ich das in mir gespürt habe, dass ich gerne schneller wieder Musik machen würde, weil das ist halt für Außenstehende oft nicht nachzuvollziehen, aber wenn man so in einem Band-Kontext ist, dann ist auch viel Gerede manchmal dabei. Konfetti ist dein aktuelles Album, was da kommt am 18. April. Konfetti hört sich erstmal so ein bisschen nach so ganz viel Party und Konfetti, gute Laune an, aber es ist ein sehr ernstes Album. Es ist gar nicht so Halligalli-Trexo-Party. Nee, Halligalli ist es nicht. Ich habe auf dem Album ja auch einen Song, der heißt Schwarzes Konfetti und ursprünglich wollte ich das Album fast Schwarzes Konfetti nennen, aber das war mir dann doch zu hart und dieser Ausdruck Konfetti, der hat ja was sehr, sehr arrangiert, positive, freudvolles, aber wenn die Konfetti dann so trostlos am Boden liegen, dann ist es nochmal ein bisschen deprimierend. Aber ich fand das irgendwie einen starken Titel, ein so ein Wort, das irgendwie einfach auch gut klingt. Es ist ein sehr intimes Album, als ich es zum ersten Mal gehört habe, kam es mir so vor, als würdest du sehr, sehr viel von dir preisgeben. Ich spreche da jetzt zum Beispiel von Nur einmal rächen. Das ist ein Song, da erzählst du irgendwie, dass du verkloppt worden bist auf dem Schulhof und dass die Lehrer scheiße waren und dass die gesagt haben, Markus, du schaffst es auf jeden Fall nie zu irgendwas und jetzt rächtst du dich nicht, indem du irgendwie zurückkloppt, sondern du lebst das Leben, was du jetzt gerade so führst. Geht es da um dich oder geht es da gar nicht um dich, sondern um vielleicht irgendjemand anderen? Es geht nicht um mich. Es geht gar nicht um dich. Ich schreibe oft Songs, die nicht um mich gehen, sondern wo ich einfach in so Rollen schlüpfe. Das ist wie ein Romanautor, der sich seine Romanhelden ausdenkt. Es ist aber trotzdem ganz interessant, dass du das sagst, weil wenn der Eindruck entsteht, das wäre ich, dann habe ich es offensichtlich so gut erzählt, dass man mir es glaubt. Und ich bilde mir ein, haben diese Leute, diese Nerds, die halt damals in der Schule, die verkloppt waren, die nicht im Sport als erstes gewählt wurden, die ständig zurückgewiesenen, dass man die halt abnimmt in dem Song. Und ganz konkret geht es ja auch darum, dass dieser Typ in dem Song es dann halt schafft, durch ein Programm, wie auch immer das sein muss. Vielleicht ist es Mark Zuckerberg auf Facebook, vielleicht auch irgendein anderer Nerd, der irgendein Internetprogramm geschrieben hat. Aber ich fand das spannend, dieses Motiv der Rache rückzukoppeln auf den Nerd, der sich halt quasi dadurch, dass er es halt geschafft hat, dann halt auch recht. Möchtest du vielleicht selbst mal ein bisschen was zu der Tag wird kommen erzählen? Ja, also der Song Tag wird kommen, setzt sich ja mit dem Themenfeld Homophobie, Fußball und Fortschritt auseinander. Und ich bin durch und durch Fußballfan, ich gehe seit 25 Jahren ins Stadion und bei einer dieser Spiele habe ich einen befreundeten Sportjournalisten, kamen wir so ins Gespräch. Und dieser Sportjournalist weiß von mehreren homosexuellen Profis und hat mir halt auch berichtet, was für ein Höllenleben diese Profis führen. Aktuell ja auch gerade in der Presse gewesen. Genau. Und diese aktiven Profis, die es gibt, haben mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann, weil ich diesen Zustand, dass wir ein Klima haben im Profisport, wo sich keiner traut sich zu outen, das ist ein bisschen auch noch was anderes als Hitzesberger, der ja, wenn man ehrlich ist, die Kuh ein bisschen vom Eis genommen hat und sich dann geoutet hat, was total super und richtig ist. Aber bei mir geht es halt ganz konkret um einen aktiven Profi. Und ich habe sehr, sehr viel gelesen über das Thema dann, zwei Bücher habe ich gelesen. Ich habe sehr, sehr viel recherchiert. Ich habe mich dann auch nochmal mit dem Sportjournalisten nochmal getroffen. Und dann habe ich in drei Monaten halt diesen Song geschrieben. Und wichtig ist bei mir dann auch noch anzumerken, dass ich ganz wichtig finde, dass dieser Song halt diese positive Grundausrichtung hat. Also ich sage ganz bewusst, dieser Tag wird kommen und ich will das auch nicht in Zweifel gestellt wissen. Weil ich finde, ich kann auch gute Argumente führen, dass dieser Tag kommen wird. Wenn du mir zum Beispiel vor zehn Jahren gesagt hättest, dass wir mal irgendwann einen schwulen Außenminister haben werden, der in Länder reist, in denen Homosexualität unter Strafe steht, dann hätte ich gesagt, nee, das wird nicht passieren. Was mir aufgefallen ist bei dem Album, es ist sehr, sehr vielseitig. Also ich war, als ich das erste Mal gehört habe, ziemlich, ziemlich überrascht auch, denn du rappst. Und wann hast du zum letzten Mal gerappt? So ein bisschen bei Buddy Live, der erste Punkband. Genau, gut informiert. Ja, das ist halt, für viele ist das überraschend. Also gerade die, die nur Kettker kennen, die sagen so, oh boah, was soll das denn jetzt? Aber die Leute, die meine Karriere besser kennen, die wissen auch, dass ich damals das halt bei Buddy Live auch schon getan habe. Das war eine Punkband, die ich in den 90ern gespielt habe. Die Geschichte ist einfach erzählt. Ich wollte halt sehr, sehr inhaltlichere Songs schreiben. Ich wollte Songs schreiben, die sich sehr mit der Gesellschaft und den Problemen dieser Gesellschaft auseinandersetzen. Und ich wollte auch ganz stark eine Haltung dazu produzieren. Und also ein bisschen weg von diesen Metaphern-Texten, die wir ja mit Kettker jahrelang hatten, wo man halt so Bilder zeichnet und wodurch die Texte dann automatisch etwas kürzer sind. Und dadurch, dass ich halt so viele Wortmonster, nenne ich sie jetzt mal, so produziert habe, lag das mit dem Sprechgesang halt auch relativ nahe. Und weil ich halt, das wurde mir auch verschiedentlich gesagt, ich will jetzt nicht eitel wirken, auch ein bisschen das drauf habe, Sprache zum Klingen zu bringen, auch in einer gewissen Geschwindigkeit. Ja, und du hast den richtigen Beat auch gewählt für Drunter. Also das geht halt so nach vorne, dieses Album. Genau, und da habe ich halt gute Leute um mich gescharrt, sieben Produzenten für elf Songs aus unterschiedlichsten Bereichen. Und ich habe halt dieses Sprechgesang, es ist ja auch kein reiner, ich mache jetzt auch kein Hip-Hop oder so, aber ich habe Hip-Hop immer geliebt. Ich mochte Hip-Hop während meiner ganzen Musiksozialisationen. Und ich finde das irgendwie ein spannendes Genre. Und gerade, weil das Wort halt da auch so eine große Bedeutung hat und so einen großen Raum kriegt. Und jetzt habe ich es halt mal für mich so ausprobiert. Es war auch für mich ganz wichtig, auch mal was Neues auszuprobieren und was Spannendes zu machen, weil damit mir Leute nicht vorwerfen können, das klingt ja wie Katka. Das ist ein Kronkradio.